das will er schon wieder nicht so wie ich möchte ja das ist halt die technik ja ja genau wie das internet abgekackt ist das war lustig liegt an mir lag an mir diesmal lag es tatsächlich wohl oder übel an mir es liegt nicht oft an mir aber diesmal langsam mir ist aber auch nicht gerne zu doch doch wenn es gerechtfertigt gebe ich es gerne zu jetzt habe ich hier mein desperados pivovia golf it war lustig ich habe relativ oft gewonnen das ist doch gut ja ne sonst feiert das tag ist endlich das bild da ich habe ein bild es hat doch mal geklappt ich habe ein pill der ziel ist da der bill ist da frag mich nicht ich hatte nicht vor zu fragen das ist sehr gut keine sorge das ist gut joh piekloch jo was ist denn hier mit dem internet los na jetzt ja das ganze ding hat eben gehabt irgendwann den mal fressen oder eine pilzpastete ja was haben wir denn hier noch alles schönes drin das tätchen ich denke mir gerade so jetzt scheiße warum habe ich mir jetzt keinen keine andere hoseangst das ist mir nicht immer ungemütlich meine katze ist ja deine katze ist immer tot gibt ja kein mal wo deine katze nicht tot ist wir sind jetzt schon am fressen ja immer immer am fressen dann öffne bitte einmal dein locken erstmal einladen erstmal einladen das mache ich gar nichts dass ich nämlich weiter so jetzt öffne ich gerne meinen locken schmutzka ja dann den apfel ja ich glaube ich weiß nicht was er da alles gegessen hat so einmal bitte den alten wald einloggen einloggen ja der neid der vier viertel ist noch von letztes mal eine malzeit für menschen ist noch von letztes mal trophäen fürs gast ist noch von letztes mal das ist nicht da muss ich wieder irgendwas anderes entfernen hier das ist mir doch bumpe ja wie ich kann doch nur fünf ich kann doch nur fünf anpinnen oder sechster ja und dann binst du ich kann doch den stuff da binst du als das andere weg und machst dafür das neue mein sohn dann mache ich den alten wald weg und bin dann das buddeln an nein ja dann bin ich bin nicht das ab was ich vorher nicht was ich nicht aufgezählt habe bitte ich habe nur alles aber es ist alles angepinnt was du aufgezählt habe vier sachen aufgezählt das fünfte passt bei dir nicht rein also auch das war das was war der alte wald und das habe ich hier fünf sachen angepinnt 1 2 3 4 5 wo mehr gehen nein warte ich habe gesagt der alte wald der neid der vier viertel eine mahlzeit trophäen sind schon mal vier und buddeln im dreck sind fünf ne bald spinnen bald spinnen habe ich nicht aufgezählt hast du nicht nein habe ich nicht gut ok anbuddeln im dreck dann passt das sag mal ich bin nicht betrunken warum nicht weil ich streame ja gute frage warum nicht ja so holge mir mein sklave ja wobei wir können eigentlich rüber schwimmen ist eigentlich was wir machen wir können hier eigentlich rüber schwimmen wir müssen nämlich einmal zu bauer magott schönes brackwasser hier schon den schick im hals lecker das bist du doch gewohnt man kriegt ja bei dir auch nicht so nötiges zu fressen warum auch ganz selber für dich sorgen beseit genug ja ja ist ja gut ist ja gut was 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 ah ja alles gut so warte eins muss ich mal ganz kurz ich bin sofort wieder da jo ok warum schmeckt das wie wie kaffee ja egal das fragte ich mal ne lieber nicht es ist vielleicht abgelaufen weiß nicht tatsache seit dem zehnten dritten kann man das noch trinken ja sicher das macht nichts hallo zehnte dritte er wäre jetzt irgendwie kommen 1979 ja ok dann nicht aber zehnte dritte das macht das geil aber schmeckt nach kaffee soll bier nach kaffee schmecken das ist ja auch kein Bier das ist ja desperados ja das schmeckt aber für gewöhnlich nicht nach kaffee dieses schon nein auch dieses nicht das ist eigentlich mein lieblings desby mein lieblings desby schmeckt die nach kaffee wartet du mal ich dachte ich dachte wir stehen hier und labern und auf einmal ist sie schon irgendwo da hinten ich dachte du bist hinter mir als ich gesagt habe Kinder Kinder finde ich nicht so toll das tut mir wirklich leid dann schmeckt dir die Hände voll und kein anderes schreit ja das stimmt hier nicht ja das ding das soll schmeckt nach kaffee hast du gar nicht so nein nicht das ach so also das wie das stream kommt auf jeden Fall sind das schlechte Qualität an hm ok hm kann sein dass man mich jetzt selber hört rechtzeitig ausgemacht ne da direkt auf direkt auf twitch geht's hm seltsam trocklich seltsam naja ja aber ist alles kann man kann man machen nichts ne ja klar jetzt geht's auch in das Filmvorschau seltsam echt seltsam echt seltsam ich weiß nicht was heute los ist also bei mir ist gut ok das beruhigt mich ja schon mal wie gesagt bei mir in der Streamvorschau war das gerade äh mega schlimm deswegen lieber äh lieber äh einmal mehr gucken das stimmt ja weil lieber starte ich den Stream neu als dass ich ne schlechte Falle hier ich habe mit Färten nicht zu schaffen ich habe mit dem recht mit rollo magot von drück bandybock und wir mag beranibock in neuburg also neuburg ist ach ok ist wieder zurück warum hast du eigentlich noch kein Pferd so uch soll ich mich aber schrauben ich warte immer noch auf ne Antwort hab ich doch gerade gemacht ich hab pfff gemacht ja das war keine Antwort ach das ist ne Auslegungssache nein mh tja nein Du lauf Ich lauf Kommen wir da mit der Fähre rüber? Mit der Bockenburger Fähre Hier gibt es eine Fähre? Ja Weißt du nicht, ob man da mit rüberkommt? Das will ich ja gerade ausprobieren Mit der Bockenburger Fähre Nee, kommt man leider nicht Wäre eine Kuh gewesen Na gut, die Hobbits haben ja auch gerade Einen Abschlächer mit der Bockenburger Fähre gemacht Ich weiß ja nicht, sollen die Schwimmer Fische wirklich hier oben schwimmen? Wie sitzt du da hinten? Ich warte auf dich Ja, ich wollte dir den Fisch zeigen Aber du willst ja mal wieder nicht Doch, ich hab den gesehen Warum sagst du da nichts zu? Ja Warum der oben schwimmt? Ja Ja, der will atmen So Der Fisch will aber nicht in der Luft atmen Ja, nun, Fische schwimmen halt nochmal manchmal etwas unter der Oberfläche Das ist halt so Warum glaub ich dir das nicht? Das ist aber so Ich glaube, dass der Fisch tot ist und nicht atmen will Ja, dann würde er auf der Seite liegen Nein, er würde mit dem Bauch nach oben schwimmen Nicht unbedingt Je nachdem Aber meistens tun sie das Meistens ja Wobei, na gut Die Fische, die ich meistens tot entdeckt habe Die waren bereits von ihren Artgenossen angeknäppert Weil sie ihre eigenen Also die Leichen ihrer Verstorbenen fressen Ja Also, sehr gut In dem Sinne habe ich auch noch keinen Fisch mit dem Bauch nach oben schwimmen sehen Die waren meistens aufgeknabbert am Boden Ja Hast du dich dran Hast du dich dran bedient, ne? Ne, ich nicht Äh, die Familie der Fische, die ich beherberge Achso Was ist mit den, was sind mit den Garnelchen? Die Garnelchen, die liegen sowieso auf dem Boden Wenn sie sterben Nein, so hält das nicht Aber die knabbern die doch bestimmt auch an Es ist schrecklich, einfach schrecklich Äh, ne, die kann Darf ich euch einen Moment Äh, die Garneln nicht Nein? Nein, die kleinen Krabben werden nicht angefressen Es ist nur immer lustig Wenn ich denke, dass der Krabbe tot ist Ich meine, die Garnelen knabbern die Fische an Wenn die vielleicht tot sind Das könnt ihr mir vorstellen Ne, ne, ne Auch nicht? Nein Die Garnelen machen das nicht Ne 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 Sind liebe Garnelen, ne? Ja Machen sowas nicht, ne Ne Die machen sowas nicht Okay Dann können wir uns hier hinten mal ein bisschen Die ganzen Sachen kümmern Ein bisschen Hier hinten haben wir nämlich auch noch Aufträge Wie zum Beispiel Bären töten Jo Daria, die Bären-Töterin Jetzt auch in ihrem Kino Kino Warum greife ich ihn nicht an? Jetzt Such dir deinen eigenen Bären Nö Ja, wollte ich ja gerade Toll Was? 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 Was ist der meinte? Kriegst du überhaupt was mit? Nee Oh, hier sind Pilze Pilze gibt's hier Jetzt knabbert mich hier dieser löde Wolf an Verpiss dich Mich knabbert eine Pilzschnecke an Na gut, das ist doch ein bisschen ekelhaft Die mich jetzt vergiften will Nein Ach, Wölfe brauchen wir auch Das ist das Das ist das Das ist natürlich Ja, du törst die Wölfe glaube ich nur nicht für mich mit Du bist zu weit weg Ich komme aber hier nicht auf jeden Fall Alle seiten Sumpf raus Boah Jedes Mal greift mir irgendeine Kackschlecke an Wo kommen die denn her? Haben die hier ein Nest? Ich würde hier Kackpilze endlich sammeln Warum brauche ich uns auch? Warum brauche ich nicht? Oh Nee Wo bist du eigentlich? Ich weiß auch nicht so genau Komm mal in den Sumpf Moment Ich muss mich erst um die Kurschefische kümmern Oh Sumpf Oh, Pilze Genau, die brauchen wir Oh, viele Pilze brauchen wir Na gut Deswegen hat er gesagt Guck mal her Damit wir die hier in eins weg Schnabolieren können Schnabolieren Wird gemacht Weil sonst brauchst du wieder Ewigkeiten dafür Ja Oh, ich liebe den Sound Was ist das denn hier? Ist das ein Irgendwas Ey Peri peri periuda Peri periCura Peri peri joda Peri peri joda Das ist Hagel Was für'n Haargel? Ah, was auch. Hier läuft noch irgend so'n Freckel rum. Wo ist mir mein Pilz geraubt? Es werden hier nicht genug rumstehen. Nein, den hatte ich mir ausgeguckt. Oh, heul doch. Ich bin deine Mutter, ich hab' die Älterenrechte. Au. Und der letzte Pilz, glaub' ich. Glaubst du? Ich glaube. Ich glaube, dass es der letzte Pilz war. Ja. So. Schönheit. Kannst du gebrauchen. Ah, der Zug ist abgefahren. Auf, wieder wahr. Naja, also. Brauch' ich Vögelbezwinger, Kurt? Nee, brauch' ich nicht. Nichts zu wissen. Also muss ich keine Vögel töten. Peri-oda, peri-peri-oda. Da freuen sich die Vögel auch mal, wenn sie weiterleben dürfen. Peri-oda, peri-peri-oda. Peri-oda, peri-peri-oda. Oh, du Scheiße. Musst du immer Schnecken töten? Sie hat angefangen. Sagst du. Willst ja nicht. Ich will's ja nicht, aber... Du, das sag' ich auch immer zu den ganzen Hirn. Wo was kommt? Wo was kommt? Was kommt dann von dir? Was kommt dann von dir? Unmensch ist das? Mach doch. Machst du doch alle kaputt? Reicht doch, sowieso. Aber haut das ja alle aus. Peri-oda, peri-peri-oda. Peri-peri-oda, peri-peri-oda. Okay. Engere Hose. Enge, enge Hose. Ja, dann ziehst du dich in der Pause um. Everything is awesome! Everything is wonderful. Uh-uh. Lauter Bären hier. Lauter Bären. Oh. Wolf. Statt Dämmerwolf habe ich eben Damenwolf gelesen. Armenwolf. Alles is wonderful. Ja, heute is wirklich mal alles wonderful. Wonderful day. Ja. Wonderful day. Wonderful day. Das Schlimmste ist, du kommst dir so richtig behindert vor, weil du einfach dieses dumme grinst nicht aus dem Gericht bekommst. Ich grinst doch gar nicht. Wer redet von dir? Ach, sie einfach zu ihrem Sohn. Wie sich da verbindet ist, ey. Hast du alle Bärenfälle? Ich weiß nicht, ich suche gerade einen Bären, um zu gucken, ob ich alle habe. Hier ist einer. Aber ich glaube, ich habe noch nicht alle. Äh, ne. Ich habe noch nicht alle. Das Ziel ist zu weit weg. Immer noch. Junge, du hast einen Bogen. Direkt davor steht, den brauche ich auch nicht mehr benutzen, ey. Oh, 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 oh. Ach, scheiße. Ich muss mal den Hut aufsetzen. Kampfhut. Schnell. Kampfhut. Nein, das geht nicht mit Scheiße. Ah, jetzt habe ich alle Bärenfälle. Dank dir. Ich noch nicht. Ich schon, dank dir. Oh, ich glaube nur noch diese Ewa. Ewa oder Kylo oder was das das waren. Ja, ja, da, äh… Bär. Big bad Bär. Big bad Bär. Big bad Bär. Ich kann nicht mehr. Big bad Bööö. Big bad Böööö. haben wir jetzt hier von hallo Hi. Wie kann ich den Bildern nennen? Ja, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Irgendwie macht mir das alles. Frosch, du weißt, was ich meine. Achso. Das erzähl ich dir immer nach dem Stream. Das erzählst du mir, wenn ich groß bin, ne? Ja, wenn du groß und stark bist, um das durchzustehen. Da hinten ist noch ein Bär. Wo, wo, wo ist der verkackte Bär? Da. Kurz ein Brechen, Spucken, da. Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ein Bärenfilm. Ein einziges verkacktes Bärenfilm. Das hab ich gute Laune. Ganz ehrlich, mir geht meine eigene gute Laune sowas von auf den Sack eigentlich. Ich hab das bei mir nur, wenn ich grundlos gute Laune hab. Das nervt mich so richtig. Ich muss mir erstmal... Nein! Frisches! So, da hab ich auch mal so ein Bär noch. Komm schon, ein Bär. Ein Bär, ja, da ist er! Gönn mir doch meine gute Laune. Komm her, du Keiler! Oh, jetzt hab ich hier eigentlich... Ne, Bärenländen. Bären. Ja, zwei Stück. Dann hab ich... Was ist denn? Ich suche nur nach Ebern. Ey, ich hab das jetzt auf... Wir hören... Ich hör dich, ich hör die Musik im Spiel und ich hör die Leute draußen hier auf der Straße labern. Boah, wie kann man denn so ein lautes Organ haben, ey? Furcht ist der, kann das auch. Ich wundere mich immer, wie diese Eber hier aussehen. Die sehen so richtig abgeranzt aus. Oh, noch ein Bär. Wir waren doch da ganz hinten. Ja, du. Du hast ein sehr, sehr lautes Organfotos. Da kann sich Kaya nächste Woche wunderbar von überzeugen. Och. Ich hab da kein Problem mit. Wo ist das denn? Nein. Doch. So, ich habe, meine ich, alles, außer die nächste Quest, die wir brauchen. Ich brauche jetzt, wie gesagt, nur noch zwei Bärenländen. Wir brauchen nur noch die Erzeugnisse des Bauern Magott. Hallo, läufst du mal weiter? Wie hakt das Spiel... Hakt das Spiel gerade bei dir auf? Ja. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Nein, jetzt, 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 wieder. Oh, ich werde das Ding einmal aufstehen. Lass mich doch mal. So, wo sind denn jetzt hier die Bärchen? Bär, 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 Bär. Schafft doch keiner. Warum ist meine Decke da hinten? Oh, egal. Bär, 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 Bär. Bär, 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 Bär. Da hinten ein Bär. Nee, du hättest auch kein Bär. Mann! Bär, nein, du hättest auch kein Bär. Ah, das ist ein Bier. Ah, das ist ein Bier.